Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 904 und heute habe ich die folgenden Themen. Group Watch, Acer-Neuigkeiten, Facebook-Dating, Google Play Music, Lightspeed, Huawei-Neuigkeiten und Hallidemark 2. Es sind einiges an Themen und deshalb höpfe ich auch gleich ins erste Thema rein und erzähle euch ein bisschen was über Group Watch. Group Watch ist eine Funktion, die es schon beim einen oder anderen Streaming-Bieter mal angekündigt hat oder gegeben hat oder noch immer gibt. Besser gesagt, neu hat Disney Plus das auch bekommen. Neu ist übertrieben, denn in den Staaten gibt es schon länger. Jetzt endlich auch für Schweiz, Deutschland und Österreich, also den Dachbereich. Das heisst, ihr könnt gemeinsam mit euch zusammengezählt sieben Kollegen, also sechs weiteren Kollegen, Kolleginnen, eine Serie oder einen Film aus dem Disney Plus Universum anschauen. Dazu muss einer die anderen einladen. Voraussetzung ist, bei dem der einlädt und bei den anderen natürlich ein Disney Plus Abo. Und schon könnt ihr das Ganze auf dem Smartphone, auf einer Webseite, also Rechner, Tablet, wo auch immer, oder auf dem Fernsehgerät, das eine Smart-TV-Funktion hat oder Apple-TV etc. angeschaut werden. Jeder Einzelne kann kurze Pausen drücken, die Wiedergabe spulen, zurückhüpfen und so weiter. Das macht das Ganze irgendwann wirr, glaube ich, aber noch viel wirr ist, man kann auch mit Emojis reagieren. Es gibt sechs, deren Anzahl gefällt mir lustig, traurig, wütend, ängstlich und überrascht. Na dann, viel Spass beim Emoji vergeben. Rest in Peace, die nächste Google-App, die dran glauben muss. Ich habe diesen Sommer schon mal darüber berichtet, dass Google Play Music nach und nach ganz richtig und vor allem total sterben wird. Ist jetzt endgültig passiert, der Dienst wurde abgestellt. Man kann es nicht mehr nutzen. Was man aber noch kann, und das habe ich da im Sommer schon gesagt, macht den Übertrag oder zumindest holt euch die Daten wieder aus der Cloud raus, damit ihr die Songs noch habt, welche ihr da drin gehabt habt. Wenn ihr es weiter nutzen möchtet, halt im Google-Universum, dann müsst ihr aktuell, und ich sage bewusst aktuell, zu YouTube Music gehen. Mal schauen, wie lange es diesen Dienst geben wird. Dann hat man immer wieder mal in der heutigen Zeit, hört man von neuen Möglichkeiten, Innovationen, die man in der Pandemie tätigt. Die einen bleiben sitzen und tun nichts, andere tun was dagegen. So auch die Skiregion Lachs hier in der Schweiz, das ist ein Bündner Oberland. Da habt ihr über 100 Quadratkilometer Schneefläche, wo man sich austoben kann. Und da haben sich einfach die ganzen Restaurants zusammengetan und kochen von einem zentralen Ort aus und bringen dann darüber die ganzen Produkte raus. Wie sie das machen und über welches System, Lightspeed ist da der Trigger, das könnt ihr nachlesen. Verlinkt auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher euer Vertrauens, da könnt ihr euch weiter einlesen. Dann habe ich jetzt, was steht da drauf? Genau, Neuigkeiten von Acer. Das ist gestern passiert, habe ich aber nicht mehr reingeschafft. Deshalb jetzt, neue Beamers sind rausgekommen. Dann haben sie ihre eSports Gaming Plattform, die auf der Cigarette Wave mit Echtzeit-KI-Übersetzung ausgestattet, so dass man sich weltweit auch versteht, ohne dass man die andere Sprache verstehen muss. Muss ich mir nochmals ein bisschen genauer anschauen. Der Link zum Stream ist auch auf daily.geektalk nachzuklicken oder in den Shownotes eures Podcatchers mit drin. Dann haben sie auch vorgestellt, neue Aspire, Swift und Spin Geräte, also intern aufgemotzte neue Gaming-Modelle für den Bereich des Monitoren, also Predator und Nitro-Modelle haben da ein Upgrade bekommen. Die Weihnachtsgeschichte kommt immer näher und somit eben auch braucht es neue Geräte, die man dann da sich zulegen kann. Interessante Chromebooks mit 4G, also LTE-Integration direkt. Was haben wir noch? Auch ein Business-Teil, was sie erneuert haben, das Travelmate, das dünne, flexible Convertible, das sie im Angebot haben. Und zu guter Letzt, das, was mich am meisten interessiert, die Concept D-Reihe. Habe ich mir mit dem Achim schon damals an der IFA vor zwei Jahren das erste Mal ein bisschen genauer angeschaut. Zum einen gibt es ja einen Desktop-Rechner, Concept D300 und dann gibt es den Concept D7 Pro. Das ist die mobile Version, ein mobiler Rechner. Denn viele Menschen, die im grafischen Bereich unterwegs sind und da richtig Power brauchen, haben sich in den letzten Jahren immer irgendwelche Gaming-Rechner gekauft. Die hatten richtig Leistung, vor allem halt auch richtige Grafikkarten drin etc. Das muss nicht sein, man kann es auch in stylisch haben und eben mit brachialer Gewalt. Und ein solches ist eben jetzt das neue Pro-Modell. Das schaut extrem interessant aus und möchte ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Weiter geht es mit Huawei-Neuigkeiten. Heute war ja offiziell das Event von Huawei. Wir wurden vorab schon am Montag geprieft und hatten somit die ganzen Daten und Möglichkeiten schon. Das Huawei Mate 40 oder die Serie, die Mate Serie 40 wurde vorgestellt, das Pro. Das kommt in die Schweiz ohne Google-Dienste, wie man es halt kennt bei Huawei. Ich habe aktuell das P40 im Test und bin erstaunt, dass ich mit einigen Apps, ich sage nicht mit allen, aber mit einigen Apps gut durch den Tag komme. Rein aus der App-Gallery von Huawei selber. Dazu werde ich mal noch wahrscheinlich ein Video machen und oder einen Blog-Post sicherlich auf dem Pogipsi.ch-Blog in den nächsten Tagen. Ich werde mir übrigens die Dinger, sofern Corona nicht noch weiter anzieht, in der nächsten Woche live anschauen können. Huawei hat nicht nur das neue Smartphone vorgestellt, was optisch, wie ich finde, gelungen ist. Mit diesem Kreis hinten, wo die Kameramodule verbaut sind, da hebt sich das Gerät von anderen ab. Nee, da ist alles Mögliche drin. Der erste 5mm-Nano-Chip der Welt, der eine 5G-Integration hat, also ein 5-Nanometer-Verfahren produziertes Chip mit 5G-Standard, ein Display mit 120 Hz, Bildwiederholungsrate, wer auf solche Dinge steht, wird daran Freude haben, plus eben eine super Kamera, wie halt immer bei Huawei-Devices, und, 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 sind noch einige andere Geschichten drin, wie schnelleres Laden etc. Kommt ab, ich glaube, es war, ich weiss nicht mehr auswendig, nächsten Monat, aber lese es bitte nach, in den Show Notes ist ein Link drin. Auch vorgestellt haben sie die neuen FreeBuds und wer jetzt denkt, ja, der Martin hat doch erst gerade von FreeBuds gesprochen, ja, das sind die FreeBuds und jetzt muss ich schauen, dass ich den Namen wieder richtig habe, die FreeBuds Pro, genau, die kleinen, die In-Ear-Stecker, neu hat Huawei auch On-Ear, also Over-Ear besser gesagt, Kopfhörer vorgestellt, die hören auf den Namen FreeBuds Studio, sind ANC-Kopfhörer und kommen für einen sexy Preis, 299 Schweizer Franken mit 8 Mikrofonen für Umgebung etc., Bluetooth 5.2, das sind die ersten Over-Ear-Kopfhörer, von denen ich zumindest weiss, die eben mit Bluetooth 5.2 rauskommen und ja, ich hoffe, ich kann die testen und euch dann ein bisschen mehr berichten. Aber nicht nur das war neu, sie haben auch die Huawei GT2 Pro Smartwatch, welche sie vor circa eineinhalb Monaten schon gelauncht haben, neu rausgehauen in einem Porsche-Design, also in einer Kooperation mit Porsche und zu guter Letzt auch noch was für einen Lifestyle-Bereich. A-Wear 2 ist eine Kooperation mit Gentle Monster, wo sie schon im letzten Jahr Brillen rausgebracht haben, Sonnenbrillen, jetzt gibt es auch Nicht-Sonnenbrillen, also solche, wie ich auf dem Kopf trage und darüber kann man auch Musik hören, das Ganze wird dann über Schallwellen auf euer Trommelfell übertragen. Auch da wäre ich natürlich gespannt, ob man da eigene Brillengläser reinmachen könnte, weil meine Brille ist kaputt, die habe ich schon zweimal notdürftig zusammenflicken lassen müssen, da muss bald was Neues her. Und dann, was haben wir noch? Genau, Halide Mark II, wer es kennt, wird aufschreien und Freude haben, wer es nicht kennt, sollte es vielleicht kennenlernen. Und der iOS, die wahrscheinlich beste Kamera-App, die es gibt, die nicht nur RAW-Fotos machen kann, können ja mittlerweile einige, aber auch ein interessantes Interface haben für die Bedienung und ganz viele Funktionen, um das Ganze zu bearbeiten. Lasst euch nicht erschrecken ab dem Preis, aktuell ist er gesenkt auf 30 Währungseinheiten, wer schnell zuschlägt, nachher geht es hoch auf 36 und optional muss man nicht, aber kann man noch ein Jahresabo dazu buchen, was dann nochmals etwas um die 10 Ungrad kostet. Darüber bekommt man dann weiterhin neue Features zugestellt etc. Also wer mit dem iPhone unterwegs ist und mehr aus seiner Kamera holen möchte, sollte sich die App unbedingt mal anschauen. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag, ihr habt einen erfolgreichen Tag und könnt dann bald auf ein schönes Wochenende ausweichen. Vergesst mal ein bisschen Corona, was nicht heisst, ihr sollt keine Masken tragen und keinen Abstand halten, nicht Hände waschen, nein, einfach mal ein bisschen andere positive Gedanken in euren Kopf ballern und eben nicht all das Traurige, Unschöne, was es aktuell gibt. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.